Clan statt zu maxen, ganz alleine und nur mit Gems, würde circa, ist jetzt kein Witz, 500.000 Euro kosten. Neues Update in Clash of Clans und Trimax ist mit seiner Community direkt drin. Es gibt einen neuen Bezirk, den Skelett Park, der braucht 6,5 Millionen Stadtgold, um gemaxt zu sein. Nach kurzer Zeit war der komplette Skelett Park ausgemaxt und ein neuer Rekord aufgestellt, denn schneller hat es noch keiner geschafft. Wir haben das komplette Update in 15 Minuten durchgespielt. Der neue Bezirk ist maxed. Erster Clan weltweit. 6,5 Millionen Stadtgold. Clash of Clans!